Glaubst du selbst, dass wir in den nächsten zehn Jahren es erleben könnten, dass die Marktkapitalisierung von Ethereum, die Marktkapitalisierung von Bitcoin übersteigt, sprich, dass Ethereum größer wird als Bitcoin? Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass Ethereum größer wird als Bitcoin in den nächsten zwei Jahren, ist bei über 60, 70, 80 Prozent. Wow! Oder zwei, drei, vier Jahren. Also einfach im nächsten Zyklus wird Ethereum mit hoher Wahrscheinlichkeit, mit höherer als 50 Prozent, genauer kann ich es nicht wirklich sagen, aber mehr als 50 Prozent Bitcoin in der Marktkapitalisierung überschreiten. Wow!